Es ist der politische Start in seine zweite Amtszeit. Applaus und Hände schütteln im Kongress. Es dauert erst einmal, bis Barack Obama seine Rede beginnen kann. Und dann gleich am Anfang zwei Kernsätze. Die Lage in der Nation sei besser als noch vor ein paar Jahren, sagt Obama. Und die amerikanischen Soldaten sollten bald aus Afghanistan zurückkehren. Nach einem zermürbenden Krieg kommen unsere tapferen Männer in Uniform endlich nach Hause. Und dann Obamas Ankündigung. In den nächsten zwölf Monaten sollen 34.000 US-Soldaten aus Afghanistan abziehen. Bis Ende 2014 soll der Krieg beendet sein. Der Präsident betont seinen Willen zur weiteren atomaren Abrüstung. Auch werde Amerika alles tun, um den Iran daran zu hindern, Zugang zu atomaren Waffen zu bekommen. Danach wird die Rede innenpolitisch. Obama plädiert für schärfere Waffengesetze in den USA. Er fordert mehr Ausgaben für Infrastruktur, für die Stärkung der Mittelschicht. Und er setzt sich für ein neues Einwanderungsgesetz ein. Als Obama sich schließlich dafür ausspricht, das amerikanische Bildungssystem zu reformieren, da wehnt er plötzlich Deutschland. Ausdrücklich lobt er das deutsche Schulsystem. Die deutschen Kids sind bereit für den Job, wenn sie die Schule abschließen. Und in Richtung Europa sendet er noch ein wirtschaftspolitisches Signal. Obama kündigt die Aufnahme offizieller Verhandlungen mit der EU über ein Freihandelsabkommen an. Ich kann mitteilen, dass wir eine umfassende transatlantische Handelspartnerschaft mit der Europäischen Union anstreben. Ein fairer Handel schützt Millionen guter amerikanischer Arbeitsplätze. Große Worte, großer Applaus und am Ende vor allem eine Botschaft. Barack Obama hat sich viel vorgenommen für seine zweite Amtszeit. Und er will für seine Ziele kämpfen. Vielen Dank.